So, meine Freunde, moin zusammen, grüße euch zu diesem Video. Danke fürs Einschalten, herzlich willkommen. Wir legen direkt los mit einigen brisanten News. Wir haben hier als erstes den Ministerpräsidenten Michael Kretschmerr, so ist er richtig, von der CDU, also Regierungschef von Ministerpräsidenten von Sachsen. Ja, und er erklärt hier ganz klar die Lockerungen, die jetzt... Also ich habe sie nicht sonderlich krass wahrgenommen. Ich habe gerade gestern darüber gesprochen, dass ich froh war, dass ich mir die Jogging-Schuhe mit Click & Meet, genauso hieß es ja, kaufen konnte. Aber im Endeffekt was anderes habe ich nicht sonderlich Tolles dadurch erlebt. So, und wer gestern Abend im Livestream dabei war, wird das mitbekommen haben. Ich habe das so geschildert, ich lebe irgendwie seit einem Jahr in meiner kleinen eigenen Welt. Ich bin nicht mehr so unterwegs bei meinen Kunden und sonst was. Die Auftragslage hat sich seit einem Jahr massiv verschlechtert in meinem Unternehmensberatungsbereich. Und was mache ich? Ich gehe joggen, ich gehe nicht einkaufen, das möchte ich nicht mit Maske, das geht mir richtig auf den Sack. Habe ich euch ja meine Story mit dem Einkaufswagen hier, Einkaufswagen leugnen und so im ganzen Riss, hier bei mir zwei Orte weiter darüber erzählt und so weiter und so fort. Also es gestaltet sich einfach richtig grausam. Nebenbei, Ollis Welt ist ein kleiner neuer Kanal, da geht es nicht um Politik, haben wir gestern im Livestream live erstellt. Unterhalb des Videos packe ich euch den Link rein, können wir gerne folgen. So, dementsprechend, was sagt hier Michael Kretschmer? Michael Kretschmer sagt hier ganz klar, es funktioniert nicht. Hat er in einer Videokonferenz heute von sich gegeben und sagt hier weiterhin, jetzt müssen wir versuchen, die Sache wieder einzufangen und vor die Lage zu kommen. Also zu den Werten, die jetzt vorbestanden hätten. Also, Leute, was soll das? Ich sehe hier wie eine Sinuskurve einen Verlauf, Lockdown weg, beziehungsweise ein bisschen Lockerung, Zahlen gehen angeblich dann nach oben, dass man aber jetzt deutlich mehr testet, sieht man ja in den RKI-Zahlen, das sind ja öffentlich zugängliche Informationen und Zahlen und dass dann der Inzidenzwert natürlich hochgeht, ist ja nur ein logischer Schritt, eine Folge daraus. Ich gucke jetzt gerade mal hier bei mir im Landkreis, wie der Wert aussieht, ich glaube, 78 war er gerade gestern, der wird jetzt heute sogar gefallen sein auf 77 und wir befinden uns einfach in einer Sackgasse. Mit dieser Politik, mit diesem Politik-Kernplural befinden wir uns meiner Meinung nach ganz klar in einer ganz extremen Sackgasse, wo wir so nicht mehr rauskommen und das Ganze nichts bringen wird. Und das sieht hier der Wolfgang Kubicki von der FDP ähnlich. Er äußert mal wieder sehr gute, massive Kritik, Zitat, Und er empört sich hier über die Politik der Bundesregierung ganz klar und spricht sich dafür aus, dass keine Strategie vorliegt. Die Kanzlerin bunkere sich ein und der Gesundheitsminister sei nicht mehr glaubwürdig. Und gerade gestern war es auch noch, da hat er eine Rücktrittsforderung geäußert zum Jens Spahn als unserem Gesundheitsminister. Ich bin mal gespannt, ob der quasi wie Teflon Merkel alles an sich abprallen lässt oder ob er doch hier einen Rücktritt in Erwägung zieht, ob das kommen wird. Das ist natürlich sehr, sehr stark davon abhängig, was Frau Merkel davon halten wird, weil eine offizielle Meldung oder ähnliches zum Gesundheitsminister gibt es ja noch gar nicht. Und das ist auch schon relativ verdächtig, dass die beiden sich sowieso nicht so gut können, weiß man ja eigentlich auch. Ihr könnt ja auch eure Vermutungen in die Kommentare schreiben. Also ich hoffe, aber ich glaube eigentlich nicht dran. Weiterhin sagt der Kubicki dann hier auch noch auf die Frage von der Welt, Wie bewerten Sie denn das bisherige Krisenmanagement der Bundesregierung? Dann sagt er allen Ernstes hier, Zitat, ziemlich miserabel. Und ich frage mich, warum lobt er denn hier die Bundesregierung? Also als miserabel, das ist ja eigentlich noch ein Kompliment für das, was hier in den letzten Wochen und Monaten passiert. Milliarden schwerer Lockdown, der hier wöchentlich im Rhythmus verlängert wird oder im vierwöchentlichen Rhythmus eigentlich ja verlängert wird. Das kann doch nicht mehr nachvollziehen. Das ist doch nicht mehr nachvollziehen, weil es kann doch nicht mehr so weitergehen. Das passt doch hinten und vorne nicht. Und nochmal, wo sind die großen Änderungen auf Landesebene, wenn ein FDP-Bundestagsabgeordneter und auch noch stellvertretender Vorsitzender, Vize-Vorsitzender, hier Wolfgang Kubicki, auf Bundesebene solche Sachen äußert? Wir haben ja beispielsweise bei mir in NRW oder auch in Rheinland-Pfalz und in Schleswig-Holstein die FDP mit in der Landesregierung. Warum aber werden dort die Beschlüsse abgesegnet? Warum wird da nicht anders vorgegangen, wenn doch hier alles bemängelt wird etc.? Das kann man doch jetzt nicht runterbrechen und sagen, ja, ist ja super, alles auf Landesebene läuft. Nein, tut es ja eben nicht. Also deswegen auf der einen Seite sage ich, ja klar, die FDP ist da definitiv eine Alternative zu den anderen Parteien, wie sich eine CDU gerade aufstellt oder auch die Grünen, die das Ganze hier ja feiern und ganz toll finden, wie die Bundesregierung das gerade macht. Aber auf der anderen Seite sehe ich halt nicht die Aktionen. Die Aktionen fehlen einfach auf diese zahlreichen Empörungen von dem Herrn Kubicki. Das fehlt mir an der Stelle ganz gravierend. Ja, nächstes Thema haben wir jetzt hier. Zitat von der BILD. Nächster Abgeordneter im Visier der Ermittler. Und hier geht es laut dem Spiegel um den früheren bayerischen Justizminister Alfred Sauter. Und der, jetzt muss ich aufpassen, mit der Wortwahl und so weiter, sonst kriege ich wie vom anderen Politiker auch nochmal Post hier. Zitat. Sauter hat übereinstimmenden Medienberichten zufolge die Verträge erstellt, auf deren Basis der Bundestagsabgeordnete Nüslein, über den hatten wir ja auch berichtet, Provisionen für die Vermittlung von Schutzmasken kassiert haben soll. Auch gegen Nüslein wird ermittelt. Er ist inzwischen aus der CSU ausgetreten, will aber noch bis zur Wahl im September sein Bundestagsmandat behalten. Also Leute, dieser Sumpf ist sehr, sehr tief. Davon bin ich überzeugt. Auf der anderen Seite muss man natürlich ganz, ganz kritisch betrachten, dass gerade in der Nüslein oder auch, wie ist der andere Kandidat? Ich sehe gerade hier ein Bild für Nikolaus Löbel von der CDU, dass die sich ja sehr kritisch gegenüber Lockdown und den Maßnahmen und auch den Vorgehensweisen der Bundesregierung geäußert haben. Und auf einmal kommen hier solche Sachen raus, auf einmal werden hier solche Sachen ganz stark und arg verfolgt und man ist wie das aufgescheuchte Rehlein im Walde unterwegs, letzte Woche noch vor den Wahlen und macht ein ganz tolles Statut, so nenne ich es jetzt mal, Unterlagenfest, die jeder Abgeordnete der Partei CDU, CSU unterschreiben musste. Ja und dann glaubt ihr auch wirklich, wenn sowas unterschrieben ist, dass sich jeder daran dann hält? Also ich frage mich allen Ernstes, wer so doof ist und das glaubt. Das ist doch Humbug, das ist doch schlichtweg Unsinn. Oder sehe ich das falsch? Schreibt es mal in die Kommentare. Nächstes Thema haben wir hier, Zitat von der Welt. Dortmund will Schulen schließen. NRW untersagt es. Ja, hier geht es richtig rund. Und der Dortmunder Oberbürgermeister, haben wir das eine oder andere auch schon hier im Video besprochen, Thomas Westphal von der SPD, der hatte nämlich angekündigt, dass die Schulen hier in Dortmund ab Mittwoch schließen, geschlossen werden sollten, so. Doch der Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann hat das Ganze gestoppt. Also was hier abgeht, das kannst du dir nicht mehr reinziehen, Leute. Es ist einfach nur verrückt. Es ist einfach nur verrückt. Wenn man sich die Zahlen anguckt, nein, in Schulen ist nicht Deinfektionshöchststand oder sonst was zu sehen. RKI, offizielle Zahlen, keine Verschwörungstheorien, keine selbstverwundenen Dinger oder sonst was. Offizielle Zahlen, die jeder Mensch einsehen kann. Dann ein interessanter Artikel, auch aus der Welt hier, wo ein Interview geführt wurde. Und hier ist eine Aussage getroffen worden, die ich wirklich voll und ganz unterstütze. Und ich denke, ihr werdet mir dabei auch zustimmen. Die Menschen sind müde und die Effektivität von Lockdowns nicht mehr so groß. Und ich glaube, die Effektivität eines Lockdowns war sowieso noch nie so richtig groß, wie auch eine WHO zum Beispiel bestätigt hat, dass man das eigentlich nicht mehr machen würde und so weiter. Aber es wird ja gar nicht mehr darüber diskutiert. Das vermisse ich ja auch irgendwo in der Presse. Da kommt ja gar nicht mehr sowas zu. Und dementsprechend, die Menschen sind müde. Und das, wie gesagt, das sagte ich am Anfang auch des Videos. Ich befinde mich in meiner kleinen Welt. Das ist nicht mehr meine Welt wie vor einem Jahr oder anderthalb Jahren. Dass ich Kundenakquise hier mache, da mache, unterwegs bin, dass ich Kundenbesuche dort und jenes mache, dass ich diese und jene Arbeit mache, dass ich dies und jenes mache. Nein, das hat sich komplett verändert. Das ist eine komplett andere Sache. Und wenn ihr euch mal selber reflektiert, euer Leben reflektiert, vielleicht die Sachen auch mal punktmäßig ein bisschen aufschreibt, sodass man sich das auch mal so vor Auge visualisiert, weil der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und der Mensch, der nimmt Sachen auch nicht immer so direkt bewusst wahr. Aber wenn man sich mal jetzt wirklich hier die Augen zumacht und sagt, ich gehe jetzt mal anderthalb Jahre zurück, was habe ich zu der Zeit gemacht? Ich zum Beispiel 2019, ich muss im Kalender nachgucken, war ich bestimmt auf 10, 15 Messen. Ich war im letzten Jahr auf keine einzigen Messe, weil keine einzige stattgefunden hat. Ich werde in diesem Jahr ganz, ganz, ganz vielleicht im zweiten Halbjahr auf der einen oder anderen Messe sein, weil zumindest sieht man so ein bisschen Licht am Ende des Tunnels, dass das ein oder andere stattfinden wird. Aber das ist selbst, also das ist auch nicht sicher. Und so eine Messe wird auch nicht mehr ablaufen, wie 2019 an Messen stattgefunden haben. Wie wir die gekannt haben. Also was will ich damit sagen? Wir sehen einfach, dass wir eine ganz, ganz krasse, schnelle, verändernde Welt haben, schnelle, veränderte Realität für uns alle empfinden und haben. Und das ist mir auch gestern, als wir im Livestream-Büro geschworen haben, erstmal eigentlich selber so richtig nochmal komplett bewusst geworden, was hier eigentlich los ist, was hier eigentlich passiert. Ich habe das vor ein paar Wochen in einem Livestream auch gesagt, so viele Livestreams, wie ich in den letzten Monaten gemacht habe. Da hatte ich letztes, also 2019, vorletztes Jahr ist es schon, gar nicht die Zeit für das zu machen, weil sich meine Arbeit komplett geändert hat, weil nicht mehr so viele Aufträge gefahren sind, weil nicht mehr so viel zu tun ist, etc. Ja, in diesem Sinne nochmal Hinweis an den Ollis-Welt-Kanal. Gerne da ein Abo dalassen, das freut mich sehr, Content kommt. Haut rein, abonniert den Kanal hier natürlich auch, wenn ihr neu seid. Bleibt weiter entspannt. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten und ciao. Bis zum nächsten Mal.